Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir euch zeigen, wie man in Minecraft ein Egg kochen kann. Und ein Let's Show unserer Lifestyle-Kürze wird noch folgen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß und im nächsten Video gibt es noch ein paar mehr Infos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.